Du willst dir deine eigene Meinung zu einem Unternehmen bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal und besuche uns auf www.modernvalueinvesting.de. Gern kannst du auch unsere Watchlist kaufen oder werbefinanziert kostenlos herunterladen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Hi, ich bin Philipp und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Modern Value Investing. Ich weiß doch, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum suchen nur Qualität zum guten Preis oder verschleudern ihren alten Krempel bei dem Unternehmen, das wir dir jetzt vorstellen werden, kostenlos, aber nicht umsonst. Wir sprechen heute über Ebay. Wie werden wir vorgehen? Wie immer, wie du es jetzt schon seit kurzem kennst, zwei Blöcke, zwei Autoren. Der Marcel ist heute wieder mit dabei und wird dich bringen. Einmal durch die Fakten, die Geschichte, die Produkte und die Website, die verschiedenen Strukturen, den Cashflow, das Eigen- und das Fremdkapital, den Chart und am Ende natürlich wie immer sein Fazit und seine Chancen und Risiken. Ich werde mir mit dir das Geschäftsmodell anschauen, wo die Umsätze erzielt werden, in welchen Segmenten Ebay berichtet. Die operative Marge schauen wir uns an, die Einteilung nach Lynch, dann handeln wir nach Lynch, Kennzahlen und Aussichten, dann gibt es den Lebermann, den Petrovski F-Score, die Checkliste, sowie auch hier Fazit, Risiken und Zusammenfassung. Am Ende bist du natürlich wie immer gefragt bei MSDS, Modern Value Investing, such die super Aktie. Und jetzt fangen wir direkt an mit dem Geschäftsmodell. Ebay ist der Anbieter der gleichnamigen und weltweit größten Internet-Tauschbörse und Handelsplattform, wer kennt es nicht, das große Online-Auktionshaus. Und auch ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Unternehmensanalyse zu Ebay. Wir steigen direkt ein mit den Fakten. Gegründet wurde das Unternehmen 1995 in San Rosé. Die Marktkapitalisierung beträgt 30,25 Milliarden US-Dollar und aktuell arbeiten ca. 14.000 Personen für das Unternehmen. Der Umsatz 2020 beträgt voraussichtlich 10,775 Milliarden US-Dollar. Was bisher geschah? Gegründet, wie gesagt, das Unternehmen 1995 in San Rosé von Pierre-Ormédia unter dem Namen Auktion Web. 1996 die Umfilmierung zu Ebay. 1997 war Ebay schon das beste Investment aus dem Silicon Valley. 1998 dann der Börsengang und zwischen 1999 und 2009 gab es zahlreiche Übernahmen und damit verbunden natürlich auch die Internationalisierung. Beispielsweise in Deutschland. Man übernahm für 43 Millionen US-Dollar das deutsche Auktionshaus Alando von den Samware-Brüdern. 2001 auch den südkoreanischen Markt mit Auktion. 2002 PayPal. 2003 Echnet. 2004 mehrere Übernahmen unter anderem mobile.de, bessie.com und rent.com. 2005 dann Shopping.com, eine Angebotssuchmaschine für 620 Millionen US-Dollar. Skype wurde ebenfalls übernommen. 2006 Tradera.com, ein spätiges Internet-Auktionsportal. 2007 dann Afterbuy. 2009 G-Market, ein südkoreanisches Händlerportal. 2010 Milo.com, Brands for Friends, vielleicht auch hier in Deutschland für einen ein oder anderen ein Begriff. 2011 noch eine große Übernahme. GSI Commerce und GDG.com. 2011 dann der Verkauf des Skype-Anteils an Microsoft für satte 8,5 Milliarden US-Dollar. Das war also ein guter Deal für Ebay und 2015 trennte man sich dann durch ein IPO von PayPal und 2018 endete sogar die Zusammenarbeit, denn der aktuelle Zahlungspartner von Ebay ist Agen. Werfen wir jetzt einen gemeinsamen Blick auf die Webseite. Gibt man Ebay.de ein, so kommt natürlich die bekannte Handelsplattform, auf der Kunden tolle Produkte aus aller Welt finden können, von privaten Verkäufern oder auch von Händlern. Dahingehend ist Ebay mittlerweile eine sehr große Plattform mit all deren Partnern und durchaus immer wieder preisrelevant, wenn es darum geht, den günstigsten Schnapper zu machen. Viele Angebote, Kooperationen lassen sich hier offenbaren, unter anderem hier Dyson zum Beispiel und insofern ist es natürlich für jeden bekannt, was Ebay so macht. Daher direkt wieder zurück zur Präsentation. Nachdem wir uns Ebay nochmal vor Augen geführt haben, kommen wir zur Struktur des Unternehmens. Dabei betrachten wir die Aktionäre, die Dividende und mögliche Aktienrückkäufe. Beginnen wir mit den Aktionären und hier zeigt sich auch, dass wieder mal die klassischen Großen dabei sind. Benchmark Capital, The Vanguard Group, ICANN Associated und SSGA und dann sieht man auch schon den Gründer, Pia Omidia, der nach wie vor 4,05% der Anteile hält. Fidelity Management und natürlich auch BlackRock darf hier nicht fehlen. Wie sieht das mit Dividenden aus? Dividenden zahlt Ebay leider keine, zumindest bis 2018, denn für 2019 wurde eine Dividende in Höhe von 56 Dollar Cent angekündigt. Das könnte auch ein Ergebnis der aktivistischen Investoren sein, die bei Ebay ja vor ein paar Jahren eingestiegen sind. Doch wie sieht es mit Aktienrückkäufen aus? Und hier zeigt sich ganz klar, dass Aktien zurückgekauft werden. In den ersten 5 Jahren der Betrachtung eher weniger und später dann sogar mehr und jetzt unter den Einfluss der aktivistischen Investoren deutlich mehr. Man sieht im Schnitt waren 1,179 Millionen Aktien im Umlauf und im Schnitt werden auch 4,66% der Aktien jährlich zurückgekauft. Vorrangig aber erst in den letzten 5 Jahren. Schauen wir uns an, wo Ebay seine Umsätze erzielt und da siehst du, 40,7% der Umsätze werden in der USA erzielt. Der Rest der Welt 19,6%, Deutschland 14,8%, United Kingdom 13,8% und Südkorea 11,1%. Also wir Deutschen sind hier Top of the Pops beim Rest of the World. Machen wir weiter mit dem Segment, in dem Ebay berichtet und ja, du hörst richtig. Ebay berichtet in einem Segment und das sind Net Transaction. Also sie verlangen für jede Transaktion eine Gebühr. Schauen wir uns jetzt an, dieses eine Segment und da siehst du, der Umsatz konnte ausgebaut werden. 2016 lag der Umsatz bei 8,97 Milliarden US-Dollar, im Jahr 2019 bei 10,8 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn konnte aber nur marginal erhöht werden. 2,156 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016, im Jahr 2019 2,421 Milliarden US-Dollar. Jetzt schauen wir uns natürlich an, was das Fazit ist. Also wir haben eine sinkende operative Marge, wir gehen nochmal ganz kurz zurück, weil 2016 operative Marge 24%, 2019 operative Marge 22%, also 2% Punkte weniger. Das andere Fazit, die operative Marge ist noch über 20%, weil, gehen wir wieder zurück, sehen wir den Trend und 2018 lagen wir schon mal bei 21%. Danach sind, wie du weißt, aktivistische Investoren eingestiegen, die das Unternehmen jetzt am besten verkaufen und auch, wenn es geht, filetieren wollen. Jetzt aber geht es weiter mit der operativen Marge. Und da siehst du, im Jahr 2014 haben wir sogar die 20% schon geknackt, also gekratzt mit 20%. Im Jahr 2016 hatten wir ein High mit 26%. Du siehst, der Umsatz lag 2010 bei 9,16 Milliarden US-Dollar und ist jetzt bei 10,8 Milliarden US-Dollar. Was man hier aber nicht vergessen darf, 2014, 17,9 Milliarden, also du siehst, der Umsatz war hier schon deutlich höher, auch der Gewinn. 2010, 2,08 Milliarden US-Dollar und jetzt nur 2,32 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht das, was wir erwarten, aber was war natürlich 2014, da hat man sich dann auch operativ von PayPal getrennt und das Unternehmen mit an die Börse gebracht. Nichtsdestotrotz haben wir eine durchschnittliche operative Marge von 20% und eine Margenschwankung von 23%. Was würde eigentlich Peter Lynch dazu sagen? Und dadurch, dass wir so wenig Wachstum haben, haben wir einen Slowgrower. Das heißt, wir haben ein Gewinnwachstum unter 3% plus eine hohe Dividende, die wir jetzt aber auch nicht haben. Er würde dir empfehlen, kauf, wenn die Dividende über dem aktuellen historischen Schnitt liegt. Das schauen wir uns doch jetzt mal an und da siehst du Punkt Nummer 1, die historische Dividende 1,46% für 2,21 1,72%, für 2,22 1,74% macht eine Bewertung von 118% und von 119%. Weiter geht es mit der Entwicklung in Sachen Cashflow und Eigen- sowie Fremdkapitalquote. Beginnen wir mit dem Cashflow und beim Cashflow zeigt sich, dass die Entwicklung bis 2014 eine sehr gute war. Doch dann, nachdem auch Paypal abgetrennt wurde, ging es dann eher in den Süden, also es wurde weniger, erst 2019 dann ein leichter Lichtblick. Im Schnitt konnte der Cashflow um 5,74% gesteigert werden. Beim Cashflow je Aktie verhält sich das ähnlich, auch hier bis 2014 sehr gut. Dann starke Rückgänge und erst 2019 wieder ein solides Ergebnis. Auch hier im Schnitt konnte der Cashflow je Aktie um 14,2% zulegen. Das klingt erstmal richtig stark, wenn aber 2019, also ein Jahr, in dem aktivistische Investoren sehr, sehr darauf pochten, dass die Aktionäre was zurückbekommen, nicht mitgezählt werden würde, wären es bloß 3,8% und das sieht im Gegensatz zu 14,2% schon deutlich Mauer aus, die Eigen- und Fremdkapitalquote. Und hier zeigt sich tatsächlich eine bedenkliche Entwicklung. Waren es 2010 noch 69,54%, so ist es 2019 nur noch 15,79%, die das Eigenkapital beträgt. Das ist eine Entwicklung von 13,52% jährlich. Dagegen haben natürlich die Schulden zugenommen von anfänglich 30,46% auf 84,21%, also jährliche Steigerung um 12,73%. Wie gesagt, ich finde diese Entwicklung sehr bedenklich. Mir scheint es so, als wären die Aktienrückkäufe auch durch Fremdkapital finanziert worden. Machen wir weiter mit den Kennzahlen, den Aussichten, dem Lebermann und dem Petrovski-F-Score. Und da siehst du bei Kennzahlen und Aussichten Analysten rechnen mit steigendem Umsatz. Das EBIT soll zulegen, der Gewinn je Aktie soll zulegen und auch Dividende soll weiterhin zulegen. Das KGV aktuell mit 14,9% für nächstes Jahr auch auf dem sinkenden Kurs. Jetzt aber natürlich Lebermann und Petrovski-F-Score. Und da siehst du der Lebermann-Score 2 Punkte verkaufen, der Petrovski-F-Score 4 von 9 möglichen Punkten. Also beides nicht wirklich rosig. Und es gibt ja auch immer einige Zuschauer, die sagen, boah, hier ist immer eine mega Diskrepanz zwischen Petrovski und Lebermann-Score. Heute mal nicht. Dann lassen wir uns die Entwicklung von Ebay mal in einem Chart bildlich darstellen. Langfristig betrachtet ist der Chart von Ebay nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Seit der Finanzkrise geht es also von dem Tief bei etwa 4 Dollar auf, in der Spitze sogar bis zu 45 Dollar hoch. Wie gesagt, der Trend hält noch und wenn man das Ganze kurzfristiger betrachtet, dann sieht man, dass doch eine recht hohe Volatilität ist. Denn vom Hoch über 45 Dollar ging es auch mal runter in Richtung 28 Dollar und das ist natürlich nichts für schwache Nerven. Außerdem muss man sagen, ist der Kurs in den letzten Wochen und Monaten in einer Seitwärtsphase. Kürzlich gab es Impulse, als Gerüchte aufkamen, dass ICI Ebay kaufen würden wollen für 30 Milliarden Dollar. Doch das dementierte ICI jetzt kürzlich erst und der Kurs ging wieder runter auf das Ausgangsniveau. Wir werden Ebay natürlich in Zukunft auch mit in den Updates aufnehmen und die Entwicklung da nachhalten. Zurück zur Präsentation. Kommen wir zur Checkliste. Und da siehst du natürlich, habe ich ein verständliches Geschäftsmodell? Natürlich, wir haben ein Auktionshaus. Schulnote 3, ich weiß nicht. Viele versuchen vielleicht auch über Privat sowas zu verkaufen. Also, ob es das Geschäftsmodell ist für die Zukunft, ich bezweifle es. Dann glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt. Eventuell. Deswegen auch nur Schulnote 3, wie schon eben gesagt. Kenne ich die Segmente? Ja, es gibt nur ein Segment. Das ist natürlich wie immer sehr übersichtlich. Aber das verhindert natürlich auch, dass man einen tieferen Einblick in das Unternehmen erlangen kann. Umsätze und Gewinne? Ja, USA 40%. Wir haben es gesehen. Deutschland ist noch dabei. Südkorea und auch Großbritannien. Schulnote 2. Das könnte eine interessante Beimischung sein. Nach Peter Lynch haben wir einen Slowgrower. Und das bedeutet Dividendenstrategie. Deswegen gehen wir jetzt zur Checkliste für Slowgrower. Punkt Nummer 1 ist das Wachstum von Gewinn plus Dividendenrendite. Höher als 7%, weil das sind ja die Erwartungen, die wir an den Aktienmarkt haben. Und da siehst du, minus 0,56% langfristiges Gewinnwachstum plus 1,74% Dividendenrendite. Boah, das sind keine 7%. Deswegen Schulnote 6. Dazu haben wir ein Gewinnwachstum ohne Dividendenrendite von minus 0,56% auf 5 Jahressicht. Schulnote 6. Das ist nicht akzeptabel. Wenn ich einem Unternehmen Geld gebe, möchte ich, dass sie damit auch gut wirtschaften können. Die Bewertung natürlich, wie gesehen, für 2,20% 118% und für 2,21% 119% Schulnote 2, weil wir sind über dem Schnitt. Ob ich kaufen würde? Nein, wir haben kein Wachstum und das möchte ich nicht in jungen Jahren. Ob es auf die Watchtifs kommen so würde? Nein, wegen der Hausaufgabe persönlich für mich nicht. Notendurchschnitt ausreichend 3,66%. Zum Ende der Analyse natürlich noch das Fazit von Philipp und mir. Ich beginne mal ganz frech und sehe positiv, dass es starke institutionelle Investoren gibt und der Gründer selbst noch stark investiert ist. Negativ für mich. Es gibt kein Wachstum. Die hohe Verschuldung ist in meinen Augen bedenklich. Das Unternehmen wird meines Erachtens filetiert durch auch den aktivistischen Investoren und das Geschäftsmodell. Für mich ohne Fantasie, wo da noch Wachstum herkommen könnte. Daher ist Ebay nach wie vor nicht auf meiner Watchlist und für mich auch kein Kauf. Schauen wir uns jetzt das Fazit und die Chancen an und da siehst du Risiken. Also wie schon erwähnt kein EPS Wachstum. Was ist denn, wenn sich kein Käufer für Ebay finden wird? Was wird dann passieren? Also da ist natürlich auch ein enormer Druck im Moment in diesem Unternehmen. Natürlich ist die Chance. Wir haben ja eine Überspekulation. Du hast ja gesehen die ICE, die Intercontinental Exchange. Wollte Ebay übernehmen und der Kurs ist direkt angesprungen und von der ICE nach unten gegangen. Das zeigt natürlich, was man von sowas hält. Also der Markt. Jetzt kommen wir zu MSDS Modern Value Investing sucht die super Aktie. Und wie immer kannst du in dem Artikel dann abstimmen von Ebay auf www.modernvalueinvesting.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und da siehst du, ob Ebay oder darfst du abstimmen, ob Ebay für dich ein Kauf ist. Wie haben wir Autoren abgestimmt? Der Peter sagt Nein, nicht auf die Watchlist. Der Marcel sagt Nein, nicht auf die Watchlist. Der Luigi sagt Nein, nicht auf die Watchlist. Und ich sage auch Nein, nicht auf die Watchlist. Jetzt aber interessiert uns wie immer deine Meinung. Lohnt sich für dich eine weitere Betrachtung von Ebay? Hast du es im Depot? Was hältst du von den ganzen Übernahmespekulationen? Schreib uns das doch gerne mal in die Kommentare. Und vergiss nicht abzustimmen auf www.modernvalueinvesting.de. Link dazu in den Shownotes. Und denk bitte immer dran. Wir von Modern Value Investing sind wirklich überzeugt. Es gibt immer und irgendwann einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.